Wenn ich den Ball irgendwie zu weit rausgeschossen habe, ist der irgendwie in so einem Fluss, in so einem 10-meter-Luss genannt und dann war der weg. Mit Schnau auf dem Trainingsplatz irgendwie, da war eine Straße dazwischen, immer das Ding geklopft, wie über die Wolken da, zack der Fluss drin. Was wir drei Spieler beschäftigt, das Ding wird irgendwie mit Essen rauszufuggeln. Großartig. Mit Schnau, ja. Das ist ja geil. Eier. Ey ich hab gar kein Bier in der Hand! Das ist doch, das sind so wirklich aus. Ich bin konform, Alter. Scheiße. Boah. Da steht der Kinder. Man kann auch schneller wieder die Grundordnung finden. Alter, weiter geht's. Weg zu weg. Zwei Mann. Zwei Mann. Bleist der ein weiter, Gek. Noch nie elf. Jetzt. served bisher. We daheim! Oh Totally! Hmmmm... Los! Aha! Kanzel-Fußball! Oh, ey, das Konzept ist nicht hier! Gegen den modernen Fußball! Hoch und lang geht's mit dem Platz auch nebenbei. Ja, das ist total schloss. Jetzt werden wir auch wieder Ball verspringen. Na klar. So, jetzt. Boah! Sehr schön. Mal vorgelegt. Jetzt nehmen wir sie ein, ja. Erstmittag! Jetzt rein! Jetzt sie kommt! Uh! Ja! 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 A.O.E. D.S.E. A.O.E. D.S.E. A.O.E. Schönes Ding. Schreibst du alles mit? Ja, das ist unser, ja. Kannst du die gelben Karte mit schreiben? Das ist ein bisschen wunderschön. Dresden! Sportclub! Dresden! Sportclub! Dresden! anderer Spieler Sportclub! Ja, das ist doch schrecklich! Guten Morgen! Dresden! Jetzt reporting! So. Ghostrunner! S garst ja auch! Tal, heiteria, heiteria! Heiteria, Heiteria Tenentee! Heiteria Tenentee! Heiteria Tenentee! Du kannst es wieder reinschicken, das Tor. Das ist vor dem Monatsator. Das machen wir alles. Hey, Safe! Es geht einfach jedes Tor ein. Natürlich was hast du dann gesagt? Wir nehmen den Preis mal eben. Ich kann nicht schreiben, Mensch. Ich kann nicht schreiben, Mensch. Ich kann nicht schreiben, Mensch. Wenn wir alleine gehen. Rechtlichkeit in Verbindung, ne? Komm, Heiner, komm, Hilfe, Hilfe! Mach's gut! Matthias Sammer hat bestimmt gesagt, wenn er die Hochschauer sein wird. Wir wollen Sie mal besuchen. Ich hab's nicht geschafft. Weiter, Joby, weiter! Weiter, Joby, weiter! Ich hab's nicht geschafft. Oh ja, nein. Heiner, komm, Position! Ich hab's nicht zusammen, was du jetzt als Fußball bekommen. Da bin ich echt davon. Öffnen! Heiner, schieß doch! Sieben! Heiner, Heiner, du fällst! Alex, ich geh! Da fährt jemand! Rein! Rein! Das sind Stefans Worte rein, ran und raus. Muss man drauf achten. Rein! Ran! Hey, schieß doch! Heinle, Gäle, hoi! Jetzt kann ich denn schon so Transjärer haben, was mit so einem Tönbild in Strüß. Jan, ohne! ARD Text im Auftrag von Funk Gehen wir weiter! Ruhe! Und zustellen! Reiter, gönn! Scheiße! Die haben wir ja selbst dann. Kommt euch wieder mehr, Marke! Wieder rein! Einfach auf! Wenn der Kerl auch sagt, ist der drückende Stück. Einfach auf! Einfach auf! Einfach auf! Kommen Sie fahren in die Verlängerung! Genau so! Die machen wir das! Komm! 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 Komm, Schwede! Keine Hand! Ja! Gehen wir einfach mal weg! Wir haben für nur, oder? Ja, der, der, der! Ja, der, der, der! Pff! 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 Kommt, deine Schnell, komm! Hey, Medi! Komm, Markus! Weiter! Cheeriert! Weiter! Hey, ich meld dich! Weiter! 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 Gut! Das ist ein Mann! Das ist ein Mann! Der Mann! Auf den Kopf, du bist wichtig! Ein und noch steckst du dich auf! Ich hab mal den deutschen Meistern. Bobby! Aus dem Ziel machen sie sich die ganzen Stufen platzverhalten. An der Pflege gesperrt. Wir haben den ersten Schlappen. Es ist aber gut, dass er was erzählt. Der vorne spricht. Der vorne spricht. Der vorne spricht. Der vorne spricht. Raus! Nein! Zupacke! Der vorne spricht. Er hat den Wald geschnitten. Er hat den Wald verleidert. Hat er auch gemacht. Also... 1-0 zu 13. André Joppert. Aber ich bin nicht mit dem Letzten, aber ein Spiel kann nicht zustande kommen. In der Hinsicht ist es gut, dass es ein Spiel steht. Das war der Klaus. Ich habe alles veröffentlicht. Die sehen wir ab und kurz gibt es keine Effekte. Der Körbe. Hast du da mit in die Lippe schon wieder? Baragiere dich nicht. Das heißt, Kontakt auf. Wie alle zehn Minuten. Den hat er gut runtergegangen. Jetzt, jetzt! Jetzt wieder Ruhe. Warte Heino, warte. Wir machen wieder mehr. Wir schieben nach. Kommt doch hin. 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 Ich muss es durchschneidig machen. Ich habe ja schon bestätigt, dass wir eben so führen. Aber das geht immer nicht. Jetzt dürfen wir einen Wählenplatz. Eigentlich müsstest du mal umschwecken und das Feld mal zeigen, wenn der Ball geholt wird. Und euch dazu. Liegen hinten, als wenn man einkommen kann. Oh nein! Oh nein! Das Album wäre bereit. Oh! Oh, so. Oh nein! 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 Genießt das noch? Das ist schon fast überraschend. Oh nein! Oh nein! Ha! Tremmer! So rum, haltet ihr. Komm! 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 Jetzt! Jetzt, 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 jetzt muss man so zu machen! Genau, Alex! Weg uns! Weg uns! Weg uns, Alex! Von meiner Körpersprache und darum kann ich spielen! Komm, dazu müssen wir uns verlegen! Alex, weiter, weiter! Sechs noch? Ja, eins für uns, drei für fertig. Ich habe gehofft, du hast da auch nie aufgepasst. Ich weiß aber gar nicht, wo du warst. Ich weiß, es ist ein Auto aus. Nee, eins für uns, aber hier auf dem Nebenplatz, das Fahrgarten, wird ein eiskaltes Zweck für uns am Ende. Ich schicke einen Rausch drüber, wenn was passiert. Ja, viel Spass noch, ne? Es wird schon gut gehen. Ich weiß nicht, wie in der Stadt. Ich weiß nicht, wie in der Stadt, der ist, weil uns die Neue aufhört. Das ist aber ... Ja, das ist doch ein Räuf für in die Stadt. Ein bisschen Stürmer. Ich habe ... Ich habe bliebene ... Hey! 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 Vielen Dank für's Zuschauen!